Du möchtest mit Last Epoch durchstarten und weißt nicht, was für den Start wichtig ist? Keine Sorge, ich habe in diesem Video einige Grundlagen zusammengefasst, die dir helfen, richtig ins Spiel zu kommen. Vorweg, in Last Epoch gibt es keine beste Klasse oder einen besten Build. Vergiss also diese Herangehensweise, zumal die meisten coolen Builds ohnehin ein komplett anderes Leveling bis ins Endgame erfordern. In erster Linie solltest du dir grundlegend einen Überblick über die Klassen verschaffen und dich damit auseinandersetzen, welche Spielweise dir am wahrscheinlichsten zusagt. Dazu gibt es eine grobe Klassenbeschreibung und eine jeweilige Skillübersicht. Schau dir auch unbedingt die Mastery Skills an, denn die kannst du teilweise auch nutzen, obwohl du dich nicht für die Mastery entscheidest. Wenn die Entscheidung getroffen ist, ist das Fundament schon mal gesetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Lowepe und in den letzten Wochen habe ich einige Stunden in Last Epoch verbracht, habe natürlich das auch gestreamt und die ein oder andere Frage immer wieder beantworten müssen. Und das hier ist so ein bisschen das Sammelsurium daraus, was ihr immer von mir wissen wolltet. Es geht darum, wie ihr am besten in Last Epoch starten könnt, was ihr wissen müsst, was ihr braucht, um euren eigenen Starter zu bauen oder aber auch, um ein anderes Build vorzubereiten, damit ihr die richtig coolen Builds entsprechend leveln könnt. Beginnen wir mit den Skills. In Last Epoch können wir 5 Skills spezialisieren. Spezialisieren bedeutet im Prinzip, dass wir einen eigenen Skilltree aktivieren können für den jeweiligen Skill und der sieht dann so aus. Das mag erstmal etwas kompliziert aussehen und etwas wild, aber grundlegend kann man sich immer sehr gut die Enden dieser einzelnen Pfade hier anschauen und sieht dann meistens in welche Richtung das geht. Hier an dem Beispiel sorgen wir dafür, dass wir Knochenrüstung bekommen, dann auf uns wirkt und praktisch einen Vorteil für uns bietet. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir die Skelette um Nahkämpfer reduzieren bzw. es verbieten, dass Nahkämpfer als Skelette spawnen können und dafür wir entsprechend mehr Bogenschützen bekommen. Oder man schaut in diese Richtung und sieht hier, dass wir irgendwas bekommen, wenn Skelette sterben, wie hier zum Beispiel Ward oder hier erhöhter Zauberschaden oder hier Mana. Gucken wir uns jetzt mal einen anderen Skill an, dann sieht man da noch andere Sachen, die vielleicht auch noch ein bisschen eingängiger sind, wie hier zum Beispiel beim Golem. In der Richtung sehen wir alles mit Feuer. Hier unten haben wir was mit Poison. Dann haben wir hier was mit generell mehr Splittern, also mit mehr Clear Speed bzw. mehr Damage, mehr Projektilen und so weiter. Und im Prinzip ist jeder dieser Skilltrees so aufgebaut, dass die einzelnen Enden zu einem Thema gehören und wir entsprechend den Skill in eine bestimmte Richtung entwickeln können. Das kann eine Schadenskonvertierung sein, also zu Feuerschaden, zu Kälteschaden, zu Blitzschaden. Das kann aber auch einfach generell mehr Critical Damage sein oder mehr Projektile, mehr Clear Speed. Kann aber auch ein Trigger sein, dass dieser Skill, wenn wir ihn betätigen, automatisch einen anderen Skill, den wir spezialisiert haben, triggert und auslöst. Da gibt es viele, viele verschiedene Varianten. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen und wird sicherlich das ein oder andere auch erst später sehen. Aber da ist das System halt wirklich auch sehr, sehr gut gemacht, denn wir können jederzeit über neu verteilen, hier die Skills zurücksetzen und können dann neue Punkte vergeben. Dabei verlieren wir einiges unserer Erfahrung für den Skill und wir fallen zurück auf die minimale Stufe, was in meinem Fall jetzt gerade 9 wäre. Das heißt, wir haben nur noch 9 Punkte zu vergeben, anstatt wie jetzt 19. Das ist natürlich ein kleiner Rückschritt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, normalerweise dauert es gerade im Endgame so ungefähr 5, maximal 10 Minuten, bis man wieder auf dem alten Stand von 19 ist. Deswegen ist das meistens nicht so ganz kritisch. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Übersicht hier gehen, dann sieht man viele verschiedene Skills. Einige davon sind ausgegraut. Wenn man natürlich low level ist, also gerade anfängt, dann sind noch viel mehr ausgegraut. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir die über unseren passiven Tree freischalten müssen. Und das ist relativ wichtig, denn wenn wir uns jetzt den passiven Skill Tree von dem Akkolyten angucken, dann sehen wir, dass wir hier unten verschiedenste Skills haben. Immer wenn wir diesen Balken hier in bewegen, also genug Skill-Punkte hier drin haben, damit der Balken hier ist, dann bekommen wir diesen Skill freigeschaltet. Also wir müssen Punkte in den Tree investieren, damit wir diese Skills hier freischalten. Das funktioniert auch, wenn wir Skills benutzen wollen, die nicht zu unserer Mastery gehören. Denn wir müssen uns im Laufe der Story, so ungefähr mit Level 15, 20, manchmal auch ein bisschen später, kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Monster wir erledigen, aber so in diesem Bereich müssen wir uns für eine Mastery entscheiden. In meinem Fall des Akkolyten wäre das jetzt Nekromantin, Lich oder Hexenmeister. Die Hexenmeisterin, die ist jetzt aktuell noch nicht verfügbar, ist dann aber in der 1.0 Version verfügbar. Und wir haben uns jetzt für die Nekromantin entschieden, deswegen können wir beim Lich aber trotzdem Skills freischalten und auch Skills skillen. Also wir können hier trotzdem den Tree benutzen, und zwar immer bis zu der Kette. Das hier ist die Grenze, die wir nutzen können. Das heißt, wir können nicht zum Todessiegel kommen und wir können auch nicht die Schnittergestalt leeren, weil das die Meisterschaftsfertigkeit ist. So wie beim Nekromanten hier die Gespenster beschwören, die Meisterschaftsfähigkeit ist und hier sind die Fähigkeiten, die wir freischalten, wenn wir hier Punkte investieren. Übrigens, nur weil wir Skills hier spezialisieren, heißt das nicht, dass wir die anderen nicht nutzen können. Wir können trotzdem auch andere Skills, wie zum Beispiel hier flüchtigen Zombie beschwören, könnten wir trotzdem benutzen. Dafür können wir einfach hier draufklicken, können den hier auswählen und nutzen. Wir können ihn halt nur nicht verstärken, beziehungsweise, ja, wir können ihn nicht wirklich individualisieren, weil wir ihn nicht spezialisiert haben. Aber nutzen können wir ihn trotzdem. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Schaden. Denn wenn ihr selber versucht, Skillkombinationen auszuprobieren und zu testen, solltet ihr versuchen, maximal zwei unterschiedliche Schadensarten zu nutzen. Da gibt es auf der Skillübersicht eine recht einfache Anzeige, welche Schadensarten hinter welchem Skill verborgen sind. Wenn wir jetzt nämlich mal auf dieser Übersicht diese kleinen Icons hier beachten, sieht man, dass zum Beispiel bei dem Skelett-Beschwören-Skill hier einmal eine Faust ist und ein Feuer. Und das bedeutet praktisch, dass wir aktuell physischen Schaden machen und Feuerschaden. Das Feuersymbol wäre an dieser Stelle nicht ausgefüllt, wenn wir hier nicht die Feuerpfeile geskillt hätten. Deshalb sieht man hier relativ gut, okay, wenn alle meine Skills, die ich gerade verwende, hier nur physischen Schaden verursachen, ist die beste Schadensart, die ich skalieren kann, wahrscheinlich physischer Schaden. Dann geht es darum, zu balancen, wie viel Schaden wir entsprechend machen. Wir sollten versuchen, eine möglichst gute, ausgeglichene Kombination aus Increased, also prozentualem erhöhten Schaden und Flat Damage, also plus 30 physischen Schaden für Minions oder sowas in der Richtung, sollten wir auch haben. Es ist meistens nicht sinnvoll, nur eine dieser Arten, also nur die prozentuale zum Beispiel, zu scale. Manchmal, gerade bei Minions, ist es allerdings hauptsächlich über den Skill möglich, den Flat Damage zu scale. Wenn wir jetzt aber zusätzlich noch auf ein Skill fahren, dann sehen wir auch diese Tags. Und da sehen wir, dass wir Diener und Intelligenz als Scale Tags haben und zusätzlich Diener Tags. Das heißt, wir könnten sowas haben, wie erhöhter physischer Schaden für Diener oder erhöhter Feuerschaden für Diener. Das wären so Mods, die wir da benutzen können. Und das können wir praktisch bei jedem Skill machen und können dann schauen, okay, was ist der größte gemeinsame Nenner? In meinem Fall habe ich mich zum Beispiel darauf spezialisiert, Minions mit Feuerschaden zu nutzen. Man sieht das hier. Ich benutze hauptsächlich die Gespenster. Ich benutze Skelette und ich benutze hier den Knochen Golem. Den seht ihr jetzt nicht so wirklich, aber ich denke, man sieht zumindest das Icon hier. Man hat hier auch Feuerschaden. Das heißt, meine besten Möglichkeiten für Damage Skalierung sind aktuell Diener Schaden, Diener physischer Schaden und Diener Feuerschaden. Weil damit würde ich alle diese drei Minions hier vorteilhaft pushen und dafür sorgen, dass sie mehr Schaden verursachen. Bei Minions bzw. Dienern ist das nochmal eine etwas besondere Geschichte, denn da müssen wir tatsächlich auch darauf achten, dass wir immer den Minion physischen Schaden oder den Diener physischen Schaden erhöhen. Denn wenn wir nur den physischen Schaden erhöhen, dann bringt das nur für uns was und würde zum Beispiel auch nur für so einen Skill hier funktionieren. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass man auch wirklich die richtige Schadensart skaliert. Deswegen ist das hier nochmal so aufgeführt. Bei den Scale Tags steht nicht physisch, sondern da steht nur Diener und Intelligenz. Und hier würde jetzt bei den Scale Tags physisch stehen als Beispiel. Schaden schön und gut, aber wir müssen uns auch um unsere Defensive kümmern. Und das ist in Las Ipok gerade am Anfang meistens gar nicht so kompliziert. Ihr solltet möglichst darauf achten, Resistenzen zu bekommen. Das ist euer erster Fokus, eure Resistenzen möglichst hoch zu kriegen. Ihr werdet das nicht sofort in den ersten Spielstunden auf 75, also auf das normale Maximum kriegen, aber ihr solltet darauf achten, dass auf euren Ausrüstungsgegenständen immer Resistenz drauf ist und möglichst alles einigermaßen gebalanced ist. Gift ist dabei eher der unwichtigere Faktor während der Kampagne. Da sind zum Beispiel Leere, also Void, Necrotic Damage und physischer Schaden viel, viel tödlicher am Anfang. Deswegen da auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Zusätzlich für einen guten Build solltet ihr weitere Defensivmechaniken haben. Das kann zum Beispiel Blockchance sein, das kann viel Rüstung sein, das kann Ausweichen sein, das kann aber auch zum Beispiel dieses Schild sein. Grundlegend als Minionspieler hat man vielleicht nochmal den Vorteil, dass man zum Beispiel den Knochengolem als Schutz benutzen kann, aber trotzdem sollte man als Grundlage so ein bisschen im Auge behalten, okay, es gibt Resistenzen und ich sollte mindestens eine weitere Defensive haben, wenn nicht sogar mehr, umso später oder umso weiter man im Endgame ist, umso mehr zusätzliche Defensiven sollte man definitiv aufbauen. Des Weiteren benutzen viele Builds im Endgame auch defensive Skills. Wie ich eben schon sagte, als Necromancer ist das vielleicht nochmal ein bisschen speziell, weil man allgemein recht viel Defensive bekommt, dadurch, dass man seine Minions hat, aber viele andere Builds nutzen auch defensive Skills, wie zum Beispiel der Magier, der so ein Schild aufbauen kann oder auch andere Klassen, die dafür sorgen, weniger Schaden zu bekommen. Und auch das sollte man definitiv in Erwägung ziehen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas für die Kampagne, aber im späteren Endgame sollte ein Build mehrere defensive Mechaniken und Layer haben, damit wir möglichst gut überleben. Gerade damit wir die Resistenzen dann erreichen können, macht es definitiv Sinn zu craften. Das Crafting in Last Epoch ist einfach zu verstehen und sollte eigentlich auch schon während der Kampagne zum Einsatz kommen. Denn man findet genug von diesen Affix-Charts, die man braucht, um craften zu können. Und hier kann man relativ leicht auf seinen Items zusätzliche Resistenz bekommen und dadurch dann dafür sorgen, dass man seine Resistenzen gefixt hat. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber grundlegend nehmen wir jetzt einfach ein Gegenstand und können hier dann zum Beispiel den leeren Widerstand einfach erhöhen, indem wir hier draufklicken, vielleicht noch eine Glüh für die Hoffnung benutzen, damit wir eine Chance haben, dass kein Forging Potential verbraucht wird, damit wir mehr craften können. Außerdem können wir natürlich andere Modifier hinzufügen. Das kann zum Beispiel in Richtung Leben gehen, könnte aber auch in Richtung Schaden gehen, jetzt in diesem Fall. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir hier ein Vitality drauf. Auch das können wir natürlich wieder verbessern und können damit dafür sorgen, dass wir insgesamt gute Stiefel haben, die uns Defensiven geben. Das ist gerade beim Leveln essentiell und sehr, sehr wichtig. Wenn ihr weitere Details zum Crafting an sich braucht, habe ich dazu ein komplettes Video, das werde ich euch am Ende nochmal zeigen und verlinken. Mindestens genauso wichtig wie das Crafting in Last Epoch ist der Lootfilter. Den können wir mit Shift-F drücken und können hier ganz, ganz viele Einstellungen machen nach unseren Bedürfnissen. Ich habe dafür ein Template erstellt, auch dazu gibt es ein eigenes Video, wo ich die komplette Lootfilter-Thematik erkläre und euch auch einen Download für dieses Template gebe. Denn damit könnt ihr euch das Leben viel, viel einfacher machen. Ihr könnt einfach eintragen, was für Modifier ihr braucht. Ihr habt ja gerade festgestellt beziehungsweise gelernt, was ihr für euren Bild braucht und welche Schadensarten ihr braucht. Aber auch defensiven könnt ihr hier dann einfach als Affixer eintragen und euch wird zukünftig nur noch angezeigt, was wirklich relevant für euch ist. Das ist wirklich, ich kann das nicht oft genug sagen, eine der relevantesten und besten Tipps, wenn es um den Start in Last Epoch geht. Beschäftigt euch mit dem Lootfilter. Mit diesen Tipps sollte es euch gelingen, relativ komfortabel und gut ins Endgame zu kommen. Zumindest zum Start des Endgames. Denn eigentlich ist der Start des Endgames erst der Start des richtigen Spiels. Wenn wir hier ankommen, die Story abgeschlossen haben, beziehungsweise den ersten Teil der Story abgeschlossen haben, also Lagern erledigt haben, dann können wir beruhigt ins Endgame durchstarten und gehen dann theoretisch von Monolith zu Monolith. Was damit gemeint ist, wir starten einen von diesen Monolithen hier, gehen dann hier hin, klicken da drauf und sehen hier dann prinzipiell den Monolithen. Im Prinzip sind das hier alles einzelne Karten, die wir einfach starten können. Wir bekommen vorher angezeigt, was für eine Belohnung wir erhalten. Also hier erhalten wir zum Beispiel Arena Schlüssel oder hier würden wir zum Beispiel Glyphen zum Craften erhalten. Aber wir können auch einfach Sachen wählen, wie wir möchten seltene Äxte bekommen. Immer wenn wir eine so eine Zone abgeschlossen haben, werden wir etwas Stabilität bekommen. Uns wird auch angezeigt, wie viel wir tendenziell bekommen können, maximal und minimal. Und wenn wir an diesen Quest-Markierungen hier sind, können wir die Quests des Monolithen starten. Davon gibt es immer drei Stück und am Ende die Endquest ist immer ein Monolith-Boss. Der hat eine eigene Loot-Tabelle, wo wir unterschiedliche Unique-Items insbesondere bekommen können, die wir nur bei ihm bekommen können. Aber er bringt uns auch weiter, denn grundlegend können wir, wenn wir diesen Monolithen hier abgeschlossen haben, entscheiden, ob wir hier weitergehen oder hier weitergehen. Und so geht es immer weiter. Jeder Monolith an sich hat einen eigenen Boss und bringt uns ein Stück weiter, bis wir hier oben sind. Dann können wir alle unsere Monolithen in einer Empowered-Variante weitermachen. Die ist dann Level 100. Also dann kann jeder hier in Level 100 gemacht werden und hat dann auch nochmal extra Loot, gerade bei den Bossen, der nur in der Empowered-Variante droppen kann. Und das ist im Prinzip das Endgame. Man kann das dann unendlich skalieren. Man kann dann noch Corruptions auf den Monolithen haben und dafür sorgen, dass das Ganze immer schwieriger und immer lohnender wird. Und so hat man praktisch eine endlose Endgame-Schleife. Ab hier ist es meiner Meinung nach übrigens auch durchaus sinnvoll, mal ein bisschen zu schauen, was für Builds es denn gibt und was für Endgame-Bilds denn interessant aussehen und sich da Inspiration zu holen oder eben auch komplett einfach die Art und Weise der Skillung zu kopieren. Denn umso weiter man ins Endgame fortschreitet, umso besser und gebalanceder muss der eigene Bild funktionieren. Also es macht Sinn, sich da ein paar Inspirationen zu holen, denn ansonsten müsste man einen Überblick über alle Items und alle Synergie-Effekte haben und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber keine Sorge, jede Klasse und auch jede Mastery hat sehr, sehr gute Optionen, um im Endgame ganz weit zu kommen. Wenn ihr dann einen dieser Builds gefunden habt, die euch sehr gefallen, dann schaut euch mal an, was der Build benötigt, um dann auch richtig zu funktionieren und oft braucht man dann irgendwelche Unique-Items. Und in Last Epoch ist es tatsächlich so, dass wir die meisten Unique-Items gezielt farmen können und dafür kann man zum Beispiel die lastepochtools.com-Seite benutzen. Auch den Link findet ihr unten in der Beschreibung und könnt hier nach Items suchen in dem Ressourcen-Item-Tab und wenn wir jetzt zum Beispiel uns diesen Stab hier angucken, dann wird uns hier angezeigt, okay, der ist in The Stolen Lands zu finden und kann entsprechend hier droppen. Könnt dann hier draufklicken, kriegen hier dann nochmal eine Info dazu. Wir sehen hier, okay, es muss ein Empowered Monolith sein und man sieht hier, was für Anforderungen man braucht. Man kann dann einfach in Game schauen, wo Stolen Lands ist und dann kann der Grind beginnen. Und wenn man dann das erste Mal sein Unique-Item für den Wunschbild gefunden hat, droppt dieses vielleicht mit Legendary Potential und dann fängt der echte Endgame-Grind an. Denn dieses Legendary Potential können wir nutzen, um ein eigenes Legendary aus dem Unique-Item zu craften. Was die gleichen Eigenschaften wie das ursprungs Unique-Item hat, aber zusätzliche Mods unserer Wahl bekommt. Wie das dann geht, erkläre ich in diesem Crafting-Video, aber da geht es natürlich auch um die Grundlagen des Craftings, wie vorher schon angekündigt. Und wenn ihr richtig in das Epoch durchstarten wollt, dann braucht ihr, wie gesagt, auch unbedingt die Loot-Filter. Auch das solltet ihr euch dringend angucken. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne ein Abo da. Ciao.